das ist das ist gut du musst dir mal gucken, aber kannst du überhaupt Saga schon bauen? Nein, gar nicht, ich hab nicht mal einen Roblox gezogen Doch natürlich, aber halt, oder? Oh, schön, Alter, geil, Barcelona Ich hoffe, ich habe auch noch ein bisschen Ich hoffe, du kannst mir das Heft mal geben Das Heft? Das ist die Notiz Klemmbrett Ich geh mal durch Ich hab immer ein Klemmbrett, wo alles draufsteht, ob wir brauchen Das macht man so So Geh dazu Einmal Genau, schon zweimal, Alter Irgendwann bin ich dabei, Jungs Du bist eingeladen Im März in meinem neuen Haus seid ihr beide eingeladen Wirklich Packs zu öffnen Ich hab ein Display bestellt von OP6 Case Seid ihr dabei? Natürlich will ich die Karten behalten Aber jeder von euch kann so ein Display öffnen Kannst du wieder aufnehmen, oder? Je nachdem, wie viel ich aufmachen Wenn ich am ersten Mal alles hier, dann besaufen wir uns einfach Wahrscheinlich egal, aber So oder so, wir werden betrunken Das ist ja voll und so, oder? Warte Du steht aber gar nicht drauf Ich hab das auch gesehen, Alter Das ist geil, dass du Hä, Kits steht auch gar nicht drauf 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 Oh, Shirahoshi ist gut Die brauche ich Wieder Bepo, ich glaub krieg ein Bepo, Alter Wenn du Deko brauchst Da ist er Achso Ne, ne, ne Jungs ist jetzt schön raus, Alter Danke, Jungs, einer Den haben wir ja nicht hier vorher schon ein paar Aber ihr habt Einer in den Klassiker, oder? Ich spüre es Digga, das ist die einzige, die ich brauche Nicht Bepo, Alter Bepo anscheinend nicht Ich muss das Decken noch mal rausholen, was ich da gebaut hab Ich muss das Decken noch mal rausholen, was ich da gebaut hab So wie das Deko dabei war Das ist ja so gut Ich bin da raus, weil ich weiß Das Holi ist gut Basel Hawkins Und hier ist Edel Auf diese andere Ohne hat ihn noch gar nicht gezogen, Alter Dieses kleine Kind, Alter Keine Ahnung, wie sie heißt Ach, Rüder? Ja, das kann doch nicht wahr sein, Alter Was machst du denn da jetzt? Ich weiß das auch nicht, Alter Aber der ist gut, Schuh Da braucht man auch viel mal für Ene, ne? Ich zieh mehr Ene Sachen als Sakazuki Ja, okay, aber Ene ist Da sind mehr Ene Karten drin als Sakazuki Karten, Digger Stimmt auch wieder Holi Moni Digga, krass Warten Alle Ene Karten, das waren alle Ene Karten Die ich gezogen hab, weißt du? Ja Aber ist doch schon ein gutes Stück eigentlich, Alter Für Einen Display, Alter Ist ja ja klar, dass mit Einen Display alles Decks, Alter Ja, okay, aber OP1 Digger war schon Ja, OP1 hat Liebe gegönnt Komm Oh, Beppo, Junge Beppo, Beppo verfeucht mich Ja, wirklich Ich weiß gar nicht, ob man den hier sogar einen Sakazuki spielt, Alter Das ist ein Home Blaze Die Eventkarte Ich weiß nicht, das ist nicht gewesen Ich hab mir noch meine Decks rausgelegt, dann Ich würd's eigentlich auch noch aufschreiben Aber dann kam das ja hier so Frontan, Alter Dass noch einmal die Packs da waren Dann gehen natürlich die Packs voraus So, könnt ihr nochmal meinen Sakazuki ziehen, Alter Schönen alter Sakazuki Ich hör die Kette zu fühlen Komm, Junge Och, Sabo Alter, Sabo? Ne, normale Sabo Jetzt mach ich mich auch da weiter gehen Perfekt dich, Alter, danke, Alter So ein Hund, Alter, eigentlich Ja, ja, ja Dafür kommt jetzt die Manga, Alter Was machst du? Du, eigentlich seitdem bist du, ich bin da Ich brauche die Manga, jetzt Kannst du die Manga jetzt? Die Manga kann ich aus mein Loch rein, Alter Manga oder Sakazuki Ich hab die Manga auch Ich hab die Manga auch Ich helfe doch Ich hab mich jetzt hier Ich hab ich jetzt hier Ich hab's mir noch was Hecke-Pack wir haben aber auch mal auf dem blogger noch jetzt kommt ja nur noch blubi alter ist so zeit ist so zeit ist aber stimmt ich habe schon eingefangen ich vergesse mal dass ich ja zwei picks davon schon aufgemacht habe ich habe ja schon wirklich gezogen von mir sogar aber es ist gut da gleich mal zwei alter ich habe natürlich noch mal schöner gewesen mit den mit den dicks sind es lief es kann sein dass das meint ich habe hier so eine schöne bette wenn du bett die wir hier tauschen auch noch für eine marjorie ist gut dass die alter braucht glaube ich also sie kann man spielen muss man auch die spielen aber es ist eigentlich eine schlechte rolle die nelski eigentlich also wenn ich hier so durchgucke kein ehel ist krass eingestimmt einfach krank zu bauen weiter weiter jetzt möchte ich von den wuppen da sind noch ein paar und dann haben wir noch das ist ja ich mache euch beide auf das ist auch gemacht dass das einer der habe ich dazu gebracht irgendwann wenn du bin damit irgendwann mal wieder drücker Ich hab's nicht gesehen, beim Stapel... ...bis gehabt, aber du bist halt beim Stapel gebrachst. Aber du kriegst... Brauch ich auch ein Jax aus. Ich bin ein S-Port, ooo, Digga. Nee, sag ich das. Außer, ob du wieder ziehst. Naja, savo, ey, der verfolgt mich auch gut dazu. Immerhin, kann man gebrauchen. Kann man gebrauchen. Ich bin unter den S-Port. Ich bin unter den S-Port, ja. Ich bin unter den S-Port. Was haben wir? Fünf Openings? Fünf was? Wie viel kommen denn überhaupt, Alter? Das hast du mir immer noch gar nicht gesagt. Locker neun oder so, Alter. Ich kenne das richtig irre, Alter. Drei Stornier, und davon ist eins deins. Deswegen krieg ich eins von deinen, oder? Na klar, ist ja immer nicht so. Ich brauch jetzt nen Sakazuki, Alter. Kann ich mir gerne fragen, ob er dein S-Port entschickt, oder? Naja, das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ob er sowas macht. Egal, der war schon pisst. Jawoll, ich glaub, ich hab denusknacker voll. Ich weiß, das war dumm von mir, aber ich hab so angefangen. Jetzt zieh's auch durch, Alter. Scheiße. Al-Art-Sakazuki. Es kam mir noch gar keine Al-Art in dem Pack, oder? Keine einzige. Ich garantiere, dass du ein Al-Art ziehst, aber garantiere, dass du ein Al-Art ziehst. Oh, komm, Alter, Sakazuki, Junge. Ist garantiere, dass meine Al-Art zieht aus dem Display, glaub ich nicht. Also nur Al-Art-Sakazuki. Achso, die anderen Al-Art sind einfach lucky. Das ist lucky, ja. Mein Sohn hat die noch auch gehört, dass er uns direkt die Al-Art hat. Und ich hab mir auch schon mal ziemlich gute Al-Art gekauft, also die ganzen Displays. Und das hat gewonnen, so. Okay, und dann? Ja, es war krass, ich hab mir ein paar Openings reingezogen und fast immer war irgendeine krasse Karte dabei. Ja, haben wir gezogen, ja. Aber leider ich und nicht Oskar, weißt du, aber wer ist Tauschpotenzial? Ist immer gut, wenn wir mal ein bisschen Druck mitmachen. In den anderen Partner. Al-Art-Ropluki wäre richtig saftig, Alter, den würde ich wirklich fühlen, muss ich sagen, Alter. Komm. Der geht für 40. Ohohohohoho. Al-Art-Kind, Alter, was? Let's go, Alter. Let's go, Junge. Schönes Ding. Alter, was ist das für'n Holo-Effekt? Ich hab grad nur die Faust gesehen, Alter. Johohohohoho. What the heck? What the heck, Bro. Let's go, Alter. Boah. Jetzt noch Saka-Suki, Alter, ich bin fröhlich. Diese Verreichtung ist gar nicht. Ja, aber nee. Brauch ich nicht. Ist Tauschpotenzial. Das kann die. 30er, Alter. Ja, machen wir das schon. Boah, 40. Saftig. Saftig. Jetzt schon besser gegönnt als das andere, Alter. Was war Dings? Warte. Warte. War gleich, oder? Boah, schön, Alter, schön, schön, schön. Brauch ich zwar nicht zum Zocken, aber... War mir hier jemand, ne? Ich bin glücklich, Alter. Ich kann schon aufhören aufzumachen, Alter. Alter, super. Die hat wirklich krass aus, Alter. Sie hat einen crazy Hulu-Effekt, Alter. Würdet ihr Kip tauschen gegen Wablu-Ki, Alter? Eigentlich nicht, oder? Nee, nee, war falsch. Die blaue Karte war falsch. In einem Clip auch Killer vor Manga-Law gezogen. Achso, ich muss mal sagen. Nee, scheiß Frau. Das ist schon die ganze Zeit, die auf jeden Fall, ne? 19% noch geil. Falls ihr auf TikTok noch zuschaut, kommt Live-Chat Twitch. Wir haben nur noch Twitch offen. In meinem Clip auch Killer vor Manga-Law gezogen. Killer vor Manga-Law, okay. Ach stimmt, das hat auch gehört, Alter. Ja, meint ihr immer Fokin-Pei-Killer? Dann kommt irgendeiner von den Captains. Gekrault und dann Manga-Law gezogen, Alter. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, wirklich? Was soll ich mal wechseln, Alter? Sag mal rein, ob ihr Kit gegen Dings tauschen solltet. Kit gegen Alt-Airdrop-Luki? Macht das Sinn, Jungs? Oder bin ich da hier im Nachteil? Ja, ja. Bestimmt ein bisschen, ja? Kit macht bestimmt ein bisschen mehr Cash. Ja, ich seh hier schon wieder Leader-Karte, Alter. Das fackt ihr jetzt schon wieder ab, Alter. Ich bin ein bisschen zuerst, ich bin ein bisschen zuerst. Schon wieder Leader gesehen, Alter. Da können sie ja gleich wieder durchziehen hier. Ist hier ein Hoshi gut? Gut, gut. Moin, Hoshi. Oh Gott, das ist die Altart. Die Dings. Die Leader. Oh, das ist gut das, Junge, Alter. Oh, das geht schon, Alter. Ja, da kann sie zwei nur noch, Alter. Oh, Digga, Alter. Oh, Alter, hab ich jetzt keine Züge gehabt. Oh, der Quälz, Alter. Oh, nein. Oh, das stimmt, Alter. Oh, das stimmt, Alter. Ich glaub, das ist so gar nicht möglich, was ich gesehen habe. Oder? Wie ist das? Ach, du Kacke, Alter. Wir kann das nicht. Das ist anstrengend, Alter. Das ist anstrengend, Alter. Scheiße. In dem Zeitpunkt gesagt, er ist immer eine Altart drin. Ja, jetzt ist keine drin, Alter. Bestimmt. Bei meinem Glöpire, Alter. Komm, Junge. Ich hoffe, Alter. Ich hoffe für dich, Digga. Und dann kann ich nämlich sagen, im Internet, dass ich sie gezogen habe. Hier ist Saka drin, Digga. Ja, Saka, muss kommen, Alter. Oh, brauche ich? Junge. Oh, nein. Ist noch euch, Digga. Keine Altart wieder. Nicht mal ein Altart noch, Alter. Du hast da drei drin gehabt und hier hast du eine. Scheiße, Alter. Das heißt, es ist nicht safe mit der Altart. Es war einfach nur Lucky, dass du Betty gezogen hast, Digga. Fuck. Lucky, Digga. Nicht schon weiter. Aber ey, du machst Betty. Scheiße, Betty kannst du in den Arsch schieben, Alter. Nein, sorry, Digga. Fuck off, Alter. Scheiße, Scheiße. Scheiße, Alter. Ich kann gleich mal leben, Digga. Ja, ich mache ihr aus jetzt hier. Die überkrasse Karte, Digga. Mann, Alter.